Hallo Hörspielfans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörspielfan, eurem ganz persönlichen Hörspielmagazin rund um aktuelle und klassische Hörspiele von bekannten und unbekannten Labels. Und von einem unbekannten Label, ja, aber trotzdem nicht minder interessant und minder spannend, berichte ich euch heute. Denn, nachdem ich jetzt einen Schluck Kaffee genommen habe, ja, tut ja so gut, ne, wenn es draußen so kalt wird, ja, tut auch eine Tasse Kaffee gut. Tasse Kaffee tut ja immer gut, ihr wisst es ja von mir. Zurück zu kommen, denn ich präsentiere heute ein Hörspiel der besonderen Art. Denn alle Fans von Domian, ja, ihr kennt Domian, nicht Domina, Domian, ja, er hatte ja fast oder schon über 21 Jahre lang eine nächtliche Call-In-Sendung im WDR. Gibt es jetzt ein Hörspiel, zwar nicht von Domian, aber von dem Genre Call-In. Ja, denn ich präsentiere euch das neue, niegelnagelneue Hörspiel mit dem Titel Fünf nach Acht. Das Hörspiel erscheint am 13. September 2019 bei dem Label Wolfie Office. Harry Ossmann, ja, unser Domian des Hörspiels hat jeden Dienstagabend um fünf nach acht, ja, deswegen auch der Titel des Hörspiels so, ja, eine Call-In-Sendung im Radio. Ja, doch bespricht er wie Domian halt brisante Themen, lustige Themen wie Probleme bei der Sexualität, mit Pickelproblemen etc. Man kennt es ja halt, ja, bespricht er es mit seinen Zuhörern. Und irgendwann wird Emile zu ihm reingestellt. Emile berichtet, dass er sein Leben ein Ende bereiten wird und möchte und dass er von einem Hochhaus springen wird. So, Harry unterbricht durch eine Musikeinspielung, kocht das Gespräch und sucht den Kontakt zur Redaktion. Sie möchten die Polizei einschalten. Nur die Frage ist ja natürlich, auf welchem Hochhaus steht Emile und wo? Und das ist jetzt die Aufgabe von Harry. Harry muss herausbekommen in einem Gespräch, das natürlich live on air ist, wo er steht, ja. Und er versucht ihn natürlich davon abzuhalten. Ja, und das Gespräch verläuft, ja, etwas anders. Emile erzählt ja über seinen Ekel gegenüber der Welt, ja. Und plötzlich fängt auch das Weltbild des Moderators ja zu wanken, ja. Es kommen so gesehene Selbstzweifel etc. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Ob Emile nun es schafft, runterzuspringen von dem Hochhaus oder ob er noch in letzter Minute, ja, gerettet werden kann, das erfahrt ihr in diesem spannenden, wirklich spannenden FSK 16 Hörspiel aus dem Hause WolfiOffice. Ja, wie ich das jetzt schon öfter erwähnt habe, ich als alter Domian-Fan, und Domian kommt ja wieder zurück im November, da gibt es, ja, vier Testsendungen von Domian live im WDR, aber das nur am Rande, egal, war ich richtig gespannt auf dieses Hörspiel, ja. Ein Hörspiel nach Maß. Denn das Hörspiel ist auch schon mal besonders, weil das Hörspiel spielt in Echtzeit. Das Hörspiel ist zwar hier mit 90 Minuten angegeben, geht aber 92 Minuten. Und das durchgehende Gespräch auf zwei CDs, ja, auf zwei CDs, ja, findet hier ein packendes Gespräch zwischen dem Radiomoderator Harry und dem Suizidkandidaten Emile statt. Hochspannend, hochinteressant, und ich fühlte mich in dem Hörspiel richtig gut aufgehoben. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, hat natürlich, habe ich sogar mitgezittert, ja. War richtig mega genial. So, das muss ich sagen, es lohnt sich, dieses Hörspiel zu holen, lohnt sich. Aber es gibt leider zwei Kritikpunkte. Der erste Kritikpunkt. Ich habe ja früher diese Call-in-Sendung namens Domian regelmäßig verfolgt. Und ich weiß, ja, wie sich Telefonanrufer anhören, ja. Und da muss ich leider sagen, also dem Radiomoderator, ja, diese Klangqualität, das stimmt. Eins zu eins. Zweite, muss ich sagen, also der Emile als Anrufer oder die Anrufer an sich hören sich ein bisschen komisch an, ja. Es hört sich so ein bisschen wirklich an, wie, ja, wie, ähm, wie abgelesen der Text. Es hört sich nicht authentisch an. Also, wenn jemand springen möchte vom Hochhaus, ja, hört sich die Texte anders an. Es hört sich für mich ein bisschen klugscheißerisch an von Emile. Also, man merkt irgendwie schon, dass es abgelesen ist, der Text. Das ist jetzt nicht so authentisch, kommt es rüber. Aber nicht minder interessant. Ja, das wollte ich ja nicht mit sagen. Auch die Klangqualität, ja, des Anrufs von Emile. Ja, also, wenn man weiß, ähm, wenn man beim Fernsehen anruft, dann ist der Ton halt anders. Ich kann es nicht beschreiben. Da hört sich halt authentisch an, der Ton. Da nicht. Da hört sich so hallmäßig an. Ich kann es nicht beschreiben. Es hört sich nicht geil an. Das muss ich sagen. Aber nicht schlechter. Dann muss man sagen, ähm, der Radiosprecher, äh, Harry Ossmann ist sehr gut gewählt. Hat mich sehr, ähm, mitgenommen. Ja, hat mich auch sehr abgeholt. Also, Stimme ist eins zu eins geil besetzt. Ja, da merkt man auch, dass er ein Radiomoderator auch im wirklichen Leben ist. Denn er arbeitet beim WDR 2. Mal nebenbei erwähnt. Ähm, das war richtig geil. Auch Emile, so, ist ein guter Sprecher. Guter Sprecher. Aber wie gesagt, hört sich das halt alles so abgelesen an. Ja, nicht so authentisch. Das wäre mir wichtig gewesen, ja, das authentisch zu halten. Und, ähm, was mir natürlich gut gefallen hat, ist diese, ähm, diese Atmosphäre halt trotzdem. Trotzdem, man hat sich da hingelegt. Ich fühlte mich in alten Zeiten erinnert. Und ich habe wirklich dann mitgefiebert. Also, ein Hörspiel ist es schon auf hohem Niveau. Wie gesagt, nur eine kleine Kritik, wie gesagt, an der Tonmischung. Man hätte es wirklich ein bisschen mal so, ähm, ja, den Unterschied ein bisschen mehr klarer machen müssen, dass Emile ein Anrufer ist von der Tonqualität. Und den Moderator halt, gut, das war gut abgemischt. Das hörte man ja, dass das ein Studiomoderator ist. Das war okay. Aber wie gesagt, nächstes Mal an der Tonmischung soll mein Appell sein, bitte, ja, den Unterschied ein bisschen authentischer machen. Ansonsten ist es für mich ein Hörspiel der Extraklasse. Also, mit diesem Hörspiel, ja, könnt ihr nichts falsch machen. Was das Cover, was so geil ist, das Cover hier, da sieht man so, ähm, ja, Balkone von Hochhäusern von unten nach oben. Finde ich eine gute Idee. Das Ganze in schwarz-weiß gehalten. Mega, mega geil. Und hier ist das natürlich empfohlen ab 16. Das sagte ich euch, Spielzeit steht hier zwar 90 Minuten drauf, sind aber 92 Minuten. Es gibt zwei CDs, zwei, zwei CDs. Das ist auch schon was Besonderes. Und das gibt es ja noch hier drauf. Ja, das ist es hier auch. Und wer auch das Thema Sex mag, ist hier auch sehr gut aufgehoben. Wir kommen nun zum Sprecher-Cast. Da sind auch tolle Sprecher, weil es konzentriert sich eigentlich nur zwischen Haupt, ja, die Hauptsprecher sind halt Harry, ja, gesprochen von Tobias Häusler, der im wirklichen Leben auch Radiomoderator ist, und zwar bei WDR 2. Das merkt man, wie ich schon sagte, auch richtig an. Das ist auch richtig authentisch, seine Rolle. Dann zweite Hauptrolle ist Emile, obwohl Emile der größte Teil einnimmt. Ja, das ist nämlich Sven Gilnig, auch genialer Sprecher. Und das alles andere sind so Nebenanrufer und Wettersprecher, Nachrichtensprecher, Jinglesprecherin, ja, Anrufer. Es ist einmal, wird der Jürgen gesprochen von Bert Stevens, Tom Gerd Bayer, Kim Cornelia Weibel, Olli Matthias Kick, Simone Franziska Friede, die Polizistin gesprochen von Jasmin Lord, Polizist Mario Pitts, die Wettersprecherin Franziska Grün, Nachrichtensprecher Mario Bellon, Jinglesprecherin Cornelia Brecher, und der Anrufer Horst Kurt. Daran sieht man, ist wirklich authentisch wie nach einer Radiosendung gehalten. Der Autor und Regisseur ist Didi Mayer, Sounddesigner und Tonmeister Sirius Kestel. Ja, und wie gesagt, nochmal einen Tipp an Sounddesigner. Na ja, ähm, da nochmal bitte mal so demnächst ein bisschen mal drauf achten an die Tonmischung. Ähm, ein bisschen so abgrenzen, ne. Wer ist Anrufer? Ich habe ja schon gesagt, so gut. Ja, gut. Und die Geräuschemacherin Johanna Roth sowie Komponistin Viktoria Hillestadt. Lektorin Daniela Merkel, nicht zu verwechseln mit der Angela Merkel. Und dieses geniale Coverdesign ist von Herbert Ahnen. Wirklich geil gemacht. Also Cover hat mir richtig gut getan. Richtig gut getan. Ähm, das fällt auf eigentlich, ja. Einfach banal Balkone von unten nach oben abfotografiert. Passt mit den Hochhäusern. Mit dem Thema Hochhaus. So, mein Gott, komme ich ja schon ins Schwitzen hier. Ja, ein richtig tolles Hörspiel abschließend nochmal zu sagen. Ich kann es euch wärmstens empfehlen. Wie gesagt, erst ab FSK 16. Denn es werden viele sexuelle Erzählungen dort stattfinden. Keine Gewalt. Ja, keine Gewalterzählungen, sondern wirklich viele sexuelle Geschichten. Das muss ich mal dazu sagen. Aber das hat es für mich noch lukrativ gemacht. Ja, also 5 nach 8 jetzt im Handel als Download und als CD erhältlich. Und damit beschließe ich für heute die Ausgabe von Hörspiel Fan. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, ihr kennt das Prozedere. Geht auf meine Social Network Seiten. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Abonniert meinen YouTube-Kanal. Oder drückt auf ein Gefällt mir bei Facebook. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder zu einer neuen, fesselnden Ausgabe von Hörspiel Fan. Bis dahin, bleibt weiterhin alle hörsinnig. Tschüss. Tschau.